Herzlich Willkommen zurück auf Randwort. Heute geht es um eine Sehne, die dich vielleicht zu etwas ganz Besonderem macht, denn nur 14% der Menschen haben sie nicht mehr. Let's go! Hast du schon einmal versucht, deine Hand so zu biegen, wie es auf diesem Bild gezeigt wird? Vielleicht erkennst du diese Linie bei dir oder vielleicht auch nicht. Diese Linie ist kein Fehler, sondern vielmehr das Fehlen eines Muskels, genauer gesagt der Sehne des Muskels, namens Palmaris Longus. Er fehlt etwa bei 14% der Bevölkerung. Wenn du ihn siehst, gehörst du zu den Glücklichen, wenn nicht, bist du in guter Gesellschaft. Die Hauptfunktion des Palmaris Longus besteht in der Beugung des Handgelenks. Interessanterweise ist dies jedoch nicht der einzige Muskel, der diese Aufgabe übernehmen kann. Wir verfügen auch über zwei zusätzliche Muskeln, den Flexor Carpi Ulnaris und den Flexor Carpi Radialis. Warum also haben einige Menschen den Palmaris Longus, während andere ihn nicht haben? Die Antwort liegt in der Evolution. Forscher haben herausgefunden, dass der Palmaris Longus zwar bei vielen Säugetierarten vorhanden ist, aber bei solchen, die sich mit ihren Unterarmen fortbewegen, wie zum Beispiel Lemuren und Affen, am weitesten verbreitet ist. Da wir Menschen unsere Unterarme nicht mehr zur Fortbewegung nutzen, begann dieser Muskel bei uns zu verschwinden. Interessanterweise setzen selbst nahe Verwandte von Primaten wie Schimpansen und Gorillas den Muskel nicht aktiv ein und zeigen daher die gleiche Variabilität.